ja und herzlich willkommen zur demo von what a car ich habe das ganze hier bei der triple initiative gesehen aus einer press conference für indie games und es sah so verrückt aus dass vielleicht schon wieder gut sein könnte von daher hupen wir mal gucke wenn du wegen der demo hier was für ein schuss so toll alte okay gold ja moin einfach eine kugel Kann man irgendwie springen? Die Musik dazu! What the fuck? Gut. Sehr gut. Er braucht schon Freunde, wenn er Raketen hat. Im Trailer sieht das Spiel noch ganz viel crazier aus. Was ist das jetzt? Hey, schöne Beine. Gibt es noch mehr, woher das kommt? Zu lang. Spacke die Beine. Total banal. In deinem Mund? Nee. So viele Möglichkeiten. Aber wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Was? Ich hoffe, du hast Spass. Car with jumps. Car with jumps. Okay. Okay. No. Dann habe ich verpasst. Wahrscheinlich ist das jetzt nicht ganz so gut. Ich weiß nicht. Ob das Go wird, weiss ich nicht. Ah. Knapp. Eigentlich gibt es hier bloß die A-Taste zum Glück und sonst nichts. Ich weiß nicht. Okay. Die Musik ist so gut. Ja, reicht für Goal. Sehr gut. Perfekt. Carry Poppins. Okay. Ah, das nimmt zu viel Geschwindigkeit raus. Ich glaube, rechts wäre besser gewesen. Gibt es noch irgendwas zum Einsammeln? Habe ich gerade gesehen. Ja, ne. Wiederholen wir. Der Sound dazu. No. Einmal sollte ich vielleicht. Nur einmal auf die A-Taste drücken. Dann würde es besser gehen. Oh, shit. Was gibt es hier zum Einsammeln? Irgendwas. Keine Ahnung was. Das muss jetzt Gold sein, oder? Oh. Auch ganz knapp. Carry Poppins. Ist das doof. Was? Schwingen? Ich habe keine Ahnung was hier passiert. Mads Attack. Nee. Ich habe keine Ahnung was hier passiert. Mads Attack. Nee. Ich darf. Ich darf. Es nimmt die Taste wie... von vorhin eigentlich. Reicht das? Reicht das? Komm schon. Ja. Und jetzt. Mads Attack. Sehr gut. Car is full. Car is full. Da unten ist was. Da unten ist was. Ich habe es gesehen. No. Ich möchte das hier unten mitnehmen. Ich habe es nicht mitgenommen. Es ist irgendwie ein Katapult oder sowas. Es wird dann hochschleudert. Oh, shit. Oh Gott. Komm schon. Ich habe es nicht mitgenommen. No. Es ist schwierig. Vielleicht hier. Eher so. Mach mal ganz knapp. Die Beine stören ein bisschen. Jetzt soll es reichen. Okay, gut. Komm schon. Schneller, schneller, schneller. Er ist tot. Reicht es für Gold? Yes. Perfect. Car is full. Ich frage mich. Wer geht es da überall? Car. Ich frage da mal nicht. Oh, shit, 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 shit. Ja, gut. Office Chairs. Das rutscht natürlich weiter. Halte. Das ist nicht gut. Das ist niemals Gold. Gibt es auch was zu mitnehmen? Na, schön. Ich will da durch. Ich weiß nicht. Ob das gut ist wenn mir... ...irgendwo... ...orange... ...schrammen. Weiss ich nicht. Alter, alter, alter. Was, 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 was? Ich komme schon ins Ziel. Wenigstens Silber. Ist da eine Giraffe? Shit. Eine Sekunde zu langsam. Nee, ich habe weiter gedrückt. Das reicht auch nicht für Gold. Niemals. Nee. Nee. Nochmal. Boing, boing. Ja. Möchte ich auch nicht Gold? Ich möchte Gold haben. Yes. Komm schon. Noch einmal. Auch nicht. Naja. Schick auch kein Gold. Small Soccer Time. Machen wir nochmal. Nee. So, man muss das Teil eigentlich nur einmal... Naja. Und einmal einen sammeln. No. No. Niemals Gold. Gold. Okay. Gar nicht Gold. Gar nicht Gold. So eine Erkältung. Oh Gott. No. Das war's nicht. No. Das war's nicht. Das war auch nichts. Jetzt haben wir Die Wassertank sind doof Ich glaube man muss vor allem ausweichen um da durchzukommen Und ab ins Bett Ist zwar Gold aber ohne das Teil also ohne das Abzeichen No Kann man das Abzeichen mitnehmen ohne da rein zu fallen ins Wasser Okay das geht aber viel zu langsam Kann ich ja nicht ganz schön sagen Es ist Gold Es ist Gold Und Par with cold Was? Stellung Hä? Why? Nein Uh das ist ne Na das ist doof Erneut Niemals Gold Niemals Gold Niemals Gold Niemals Gold Natürlich nicht Chop Chop Nochmal bitte Niemals Gold Niemals Gold Niemals Gold Nee jetzt habe ich das Chop Chop nicht da Wieso ist das manchmal dabei und manchmal nicht weird Na ja weiter gehts Hup wenn du Bären magst Klar mag ich Bären Oh man du bist spitze Schnell zur Bärenhöhle Niemals Gold Niemals Gold Niemals Gold